Charlotte Charlotte ist die größte Stadt in North Carolina. Hauptattraktion ist Updown, die von einfallsreich designten Hochhäusern und anderen außergewöhnlichen modernen Bauwerken geprägte Innenstadt, in der auch etliche Museen liegen. Die Stadt hat eine ausgezeichnete und sehr abwechslungsreiche Gastronomie-Szene und viele Hotels mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Jobziel ist Charlotte für Extremsportler, denn am Stadtrand liegt das US-National Whitewater Center mit der größten künstlich angelegten Wildwasserbahn der Welt. Andere Unerschrockene können im Themenpark Karowins in der höchsten Achterbahn der Welt auf ihre Kosten kommen. Geschichte unweit des heutigen Stadtgebietes von Charlotte trafen 1567 die ersten Europäer, spanische Entdecker, ein und brachten den Ketoba-Indianern, Sioux, die hier lebten, die Pocken mit, an denen die Ureinwohner massenhaft starben, weil sie gegen die neue Krankheit keine Immunität besaßen. Nachdem die Briten 1663 die Kolonie Carolina einrichteten, kamen auch die ersten permanenten Siedler in die Region, nämlich presbyterianische Ulsterschotten. Noch vor dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gesellten sich ihnen viele deutsche Auswanderer bei. Die europäische Besiedelung des heutigen Stadtgebietes begann um 1750 mit der Familie von Thomas Sprett, dessen Tochter Susanne Thomas Polk heiratete, den Gründer von Mecklenburg County, 1762, und der Charlotte Town, 1768. Namensgeberin war die deutsche Prinzessin Sophie Charlotte, Herzogin von Mecklenburg, 1744 bis 1818, die 1761 im Alter von 17 Jahren mit dem britischen König Georg III. verheiratet worden war. Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, 1775 bis 1783, nahm der britische General Charles Cornwallis die Stadt ein, wurde von den Bürgern jedoch vertrieben. Der Stadt brachte dies den Spitznamen Hornissenest ein. Ein Vorteil, den die Stadt von Anfang an genoss, war ihre günstige Lage am Schnittpunkt mehrerer Handelswege. 1770 wurde das heutige Straßenraster angelegt. 1775 unterzeichneten die lokalen politischen Führer ihre eigene Unabhängigkeitserklärung, die Mecklenburg Declaration of Independence. 1799 wurde in der Region Gold gefunden, was wenig später zum ersten Goldrausch in der amerikanischen Geschichte führte. 1837 wurde die Charlotte Mint gegründet. Bis zum Goldrausch in der Sierra Nevada, 1848, war North Carolina die wichtigste Goldressource des jungen Landes. Einen ersten großen Wirtschaftsboom erlebte Charlotte nach dem Bürgerkrieg, 1861 bis 1865, als Eisenbahnknotenpunkt und Zentrum der Baumwollverarbeitung. Die Stadt wuchs weiter, als die US-Regierung hier im Ersten Weltkrieg den Militärstützpunkt Camp Green einrichtete. In den 1970er und 1980er Jahren erlangte sie Bedeutung auch als Standort mächtiger nationaler Banken. Nach New York City und San Francisco ist Charlotte heute tatsächlich der drittgrößte Bankenstandort des Landes. Am 22. September 1989 erlitt die Stadt schwerste Schäden durch Hurricane Hugo, der die Einwohner ziemlich unvorbereitet traf, da Hurricanes in den Carolinas gewöhnlich nicht so tief ins Binnenland vordringen. Gegenwart Charlotte ist Standort mehrerer Fortune 500 Unternehmen, wie der Bank of America, der Baumarkt Kettelos, dem Energieunternehmen Duke und dem Lebensmittelservice Campus Group. Die meisten Arbeitsplätze liegen im Dienstleistungsbereich, vor allem im Gesundheits-, Banken- und Bildungswesen sowie bei American Airlines, deren Hauptrekord sich hier befindet. Charlotte ist für amerikanische Verhältnisse weder besonders arm noch besonders reich. Das Bildungsniveau ist jedoch hoch. 43% der erwachsenen Einwohner haben mindestens einen Bachelorabschluss. Charlotte ist Standort von fünf Universitäten. Wie in vielen US-Großstädten, insbesondere im Süden, ist der Anteil der europäischstämmigen Bevölkerung relativ niedrig, 50%. Mehr als ein Drittel der Einwohner von Charlotte sind Afroamerikaner, 14% Lateinamerikaner und 6% haben asiatische Wurzeln. Charlotte ist darüber hinaus auch eine Stadt der Migranten, jeder sechste Einwohner ist im Ausland geboren. Geografie und Klima Höchsttemperaturen bei 31,7 Grad Celsius mit Spitzen von bis zu 36,1 Grad Celsius, im Januar dagegen bei 10,4 Grad Celsius. Die Zahl der jährlichen Sonnenscheinstunden beträgt 2821, das sind mehr als in Lissabon. Regentage dagegen gibt es so viele wie in London, nämlich 110. nur September und Oktober sind relativ trocken. Die Winter sind kurz und bringen durchschnittlich vier Schneetage. Nach bei Orte und Stadtteil nach Jacksonville, Florida, ist Charlotte der Bevölkerung nach die zweitgrößte Stadt im Südosten der USA. Charlotte gehört zur Charlotte Metropolitan Area, Metrolina, Charlotte Metro, die mit zwei, fünf Mio-Einwohnern nach Miami, Atlanta und Tampa eine der bedeutendsten Großstadtregionen im Südosten der USA bildet. Charlotte liegt im Zentrum von Mecklenburg County, dessen Verwaltungssitz die Stadt auch ist. Direkt angrenzende Nachbarorte sind, im Uhrzeigersinn, im Norden beginnend, Verwaltungsmäßig zerfällt Charlotte in 199 Stadtteile, neighborhood statistical areas, die sich grob den Bereichen City Center, Uptown, Elisabeth, Midtown, Noors Charlotte, West Charlotte, Schaus Charlotte und West Charlotte zuordnen lassen. Mit dem Flugzeug einen ganzen Teil seiner touristischen Bedeutung verdankt Charlotte der Tatsache, dass sich hier das Drehkreuz von American Airlines befindet, der, der gleichzeitig der elfgrößte Flughafen der Vereinigten Staaten ist. CLT wird unter anderem aus Frankfurt M, München und London Heathrow täglich direkt angeflogen. Der Flughafen liegt eine Viertelstunde westlich von Downtown Charlotte. Wer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, nimmt am besten den, HTTPS, Charlottenc.gov Ketzbus Roots Pages Default.aspx Bus Nummer 5, das Charlotte Area Transit System. Dieser fährt an sieben Tagen in der Woche so eng getaktet, dass man nicht einmal unbedingt einen Fahrplan gebraucht. Tickets kosten 2,20 Dollar, Stand, Februar 2019. Bargeld wie immer in amerikanischen Bussen beim Einsteigen für jede Person passend bereithalten, der Fahrer hat nämlich aus Sicherheitsgründen kein Wechselgeld. Alternativ bietet sich die Fahrt mit dem Uber, mit einem Taxi oder einem kommerziellen Shuttle an. Wer in einem der vielen Airport Hotels übernachtet, erreicht dieses Quartier kostenlos mit dem hauseigenen Shuttle des jeweiligen Hotels. Direkt gegenüber dem Terminal liegen, im Erdgeschoss eines großen Parkhauses, die Büros der Ein Auto für die Abholung direkt am Flughafen zu buchen, ist in den USA meist etwas teurer, als wenn man den Wagen bei einer innerstädtischen Filiale abholt, bringt aber eine Menge Komfort. Mit der Bahn Charlotte besitzt einen M-Track-Bahnhof, die, 1914 N-Trion ST, zu dem auch ein großer Parkplatz gehört, liegt 2,5 Kilometer nordöstlich des Ortskerns. Die Busse der Linie 11 verbinden beide Punkte. Züge der folgenden Linien halten hier. Carolinian, Charlotte, Roli, Richmond, Washington D.C., Philadelphia, New York City. PM, Charlotte, Roli. Crescent, New Orleans, Birmingham, Atlanta, Charlotte, Washington D.C., Philadelphia, New York City. Mit dem Bus, die hat die Adresse 600 ein Watt-Reed-SD und liegt 1 Kilometer nordwestlich des Ortszentrums. Auf der Straße das Zentrum von Charlotte liegt 5 Kilometer südlich der Schnittstelle der Autobahnen I-77 und I-88. Mobilität Charlotte ist insgesamt betrachtet eine ziemlich autoabhängige Stadt. Der öffentlichen Nahverkehr ist nicht sonderlich gut ausgebaut und die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer sind aufgrund weiter Wege und fehlender Radwege auch nicht günstig. Es gibt jedoch einzelne Stadtteile, die von dieser Einschätzung positiv abweichen. So kann man sich in Uptown, wo ohnehin die meisten Sehenswürdigkeiten konzentriert sind, und im Sausend sehr gut zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Auch das südlich angrenzende Viertel Dielwort ist dank seiner vielen Bäume und kurzen Wege zu Einkaufs- und Essensmöglichkeiten als Fußgänger freundlich einzuschätzen. Die lokale Verkehrsgesellschaft CATS, Charlotte Area Transit System, betreibt in Charlotte mehr als 70 Linien, Netzplan. Neben Buslinien umfasst das Netz auch zwei Straßenbahnlinien, links, eine blaue und eine goldene. Die Fahrt kostet 2,20 Dollar, Schüler 1,10 Dollar. Stand, Februar 2019. Geld beim Einsteigen passend bereithalten. Der Fahrer kann kein Wechselgeld herausgeben. Wer sich in Charlotte mit dem PKW bewegt, muss darauf gefasst sein, dass das Parken in Uptown etwas schwierig und unter Umständen auch teuer ist. Ein frühzeitiger Blick in die Parkopädie kann unangenehme Überraschungen verhüten. Generell bewegt man sich in Uptown am besten zu Fuß, zumal dieser Stadtteil selbst in seiner größten Ausdehnung nicht mehr als drei Kilometer misst. Einkaufen die in Charlotte am stärksten vertretenen Qualitäts-Supermarktketten sind Herestita, Publix und Foodline. Daneben gibt es unter anderem etliche Aldi-Niederlassangen und drei von Tredadios. Öko- und Gesundheitsbewusste, die hohe Preise nicht scheuen, finden tief im Süden der Stadt auch einen Whole Foods Market.